Hallo meine Lieben, wir haben in den letzten Jahren ja gierig nach Köthen auf die Familie Ritter geschaut. An dem finalen Beispiel dafür, dass jeder ein abwärts gerichtetes Beispiel finden kann, um sich selbst irgendwie in einem besseren Licht dastehen zu lassen. Ja, also es ist so wahnsinnig faszinierend, Leuten zuzuschauen, die in einem größeren Elend leben als man selbst. Und immer wenn Stern TV eine neue Reportage über die Ritters herausbringt, dann stürzt sich die Allgemeinheit gierig darauf und die neuen Veröffentlichungen haben jetzt auch wieder um die 2 Millionen Aufrufe pro Video. Das ist ein sehr eindeutiges Anzeichen dafür, wie interessiert doch der Großteil der Menschen daran ist, Elend, andere Leute zu sehen. Ja, ich will jetzt die Tragenlor-Thematik nicht nochmal auf den Plan rufen. Es geht ja hier um etwas anderes. Und in diesem Video, in diesem neuen Ausschnitt geht es darum, dass Karin Ritter, also die Mutter dieses Clans, jetzt aus ihrer Übergangswohnung rausgeworfen wurde, um jetzt in eine Obdachlosenunterkunft zu kommen. Und in dieser Obdachlosenunterkunft, in der sie früher gelebt hatte, hat sie jetzt keinen festen Raum mehr, sondern sie darf dieses Gebäude nur noch ab 18 Uhr betreten. Es ist quasi per Hausordnung verboten, da eine wohnliche Umgebung einzurichten. Und alles das, was sie von ihrem ehemaligen Hausrat mitnehmen durfte, sind zwei Tragetaschen. Und all das, was an Möbeln vorher existiert haben, alles, was ansonsten übrig geblieben war aus der alten Wohnung, das wurde verschrottet. Also ich finde die Vorstellung absolut schrecklich. Stellt euch mal vor, die Behörden kommen zu euch, nehmen euch sozusagen euren Lebensraum weg, schieben euch woanders hin, schieben euch dann wieder zurück, nur um euch zu zeigen, dass ihr da, wo ihr vorher gewohnt habt, wo ihr Jahre eures Lebens verbracht habt, dass da jetzt sozusagen so eine allgemeine Unterkunft geschaffen worden ist und die nehmen euch im Grunde alles weg, was ihr in den Jahren so angesammelt habt. Und dann seid ihr de facto obdachlos, also wirklich obdachlos, ohne Klingelschild, ohne dauerhaftes Bleiberecht in dieser Wohnung. Einfach nur mit der Genehmigung, dass ihr 18 Uhr dann zwischen 8 Uhr frühs und 18 Uhr nicht in der Wohnung seid und dann quasi die paar Stunden Nacht dort verbringt. Finde ich schon krass. Auf der anderen Seite muss man ja wirklich sagen, dass diese Familie es in den letzten Jahrzehnten nicht geschafft hat, für sich selbst zu sorgen. Ganz im Gegenteil, ja wirklich mit Absicht nichts an ihrer Lage ändern wollte und ja auch dazu beigetragen hat, dort zu sein, wo sie jetzt sind und dass man sie für Verhalten, sie sind Verbrecher, dass man sie für ihr Verhalten auch mit bestem Wissen und Gewissen als asozial bezeichnen darf. Und wenn man darüber nachdenkt, wie viel die Polizei einsetzt, die alleine diese Familie provoziert hat, die Ordnungsamtsstunden und so weiter und so fort, was das alles gekostet hat, ja wie viel Steuergeld dafür vernichtet worden ist. Ja, es ist einfach frustrierend, über sowas nachzudenken. Es ist frustrierend und ich glaube, es ist völlig normal, dass einem ab und an auch solche Gedanken im Kopf herumschweifen. Im selben Atemzug muss man ja aber sagen, dass es auch genug Leute gibt, die ohne eigenes Verschulden in diese Situation gekommen sind, sei es durch Krankheit, sei es durch die Veränderung des Marktes, sei es durch irgendwelche anderen Eventualitäten, die sie zum Spielball fremder Mächte gemacht haben. Ja, und diese Fälle sind es ja, die wir versuchen zu stützen. Das sind Menschen, die wir zurück in die Gesellschaft bringen wollen, die Menschen, die auch wirklich Teil dieser Gesellschaft sein wollen. Und man kann ja nicht jeden Fall einzeln betrachten, es ist ja absolut unmoralisch zu sagen, du bist es wert, gerettet zu werden und du nicht. Und genau deswegen gibt es eben solche Fälle, die dann eben als riesengroßes Negativbeispiel dastehen und die natürlich auch irgendwo unbill hervorrufen, wenn man sie einzeln losgelöst betrachtet. Aber es geht ja um die anderen. Es geht um die anderen, die wirklich ein Teil dieser Gesellschaft sind und die auch immer versucht haben, mitzukommen in unserer Gesellschaft. Und dementsprechend finde ich es eigentlich schade, dass man solche Beispiele immer wieder deutlich hervorbringt. So, wenn wir jetzt sehen, dass auch diese Menschen Unterstützung erhalten und in Deutschland de facto niemand auf Hilfe verzichten muss, dann stelle ich mir doch persönlich die Frage, wieso sehen wir denn eigentlich in den Großstädten vermehrt Obdachlose? Wieso gibt es Menschen, die keine Wohnung haben, die verwahrlost in den Ecken liegen müssen? Wie kommt das denn eigentlich, wenn wir doch in einem Land leben, wo theoretisch jeder unterstützt werden kann? Ich habe mich dazu mal ein bisschen belesen und einen sehr interessanten Artikel bei Brand 1 gefunden. Den möchte ich jetzt hier an dieser Stelle mal zitieren. Obdachlos wird man nicht einfach so. Wer Mietschulden hat und Gefahr läuft, seine Wohnung zu verlieren, der ist für die Behörden meist kein Unbekannter mehr. Reicht ein Vermieter bei Gericht eine Räumungsklage ein, dann geht automatisch eine Mitteilung an das Sozialamt. Du bist sozusagen in diesem Staat immer und überall gläsern. Naja, dieses schreibt dem Mieter ein Brief, bietet Hilfe an, vermittelt zwischen ihm und dem Vermieter und übernimmt oft auch die Mietschulden. Der Mieter muss nur einen kleinen, aber entscheidenden Schritt machen. Er muss den Brief öffnen und reagieren. Und daran scheitert es nämlich meistens. Es ist nicht so, dass die Hilfe nicht angeboten wird. Die Hilfe wird einfach nicht angenommen. Die ämterorientierte Kommunikation, wie Christina Heinrichs vom Frankfurter Verein für Soziale Heimstätten e.V. sie nennt, geht oft an den Betroffenen vorbei. Wenn das Sozialamt den dritten Brief geschrieben hat, es gibt drei, es ist nicht nur so von wegen, oh, ich habe den Brief verpasst, jetzt bin ich für den Rest meines Lebens verloren. Warum? Den dritten. Wenn das Sozialamt den dritten Brief geschrieben hat, dann liegt der da zusammen mit all den anderen ungeöffneten Briefen, sagt Heinrichs. Und dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Der beste Weg, obdachlos zu werden, ist sich totzustellen. Die meisten Menschen, die so nah am Abgrund entlang taumeln, die sind nämlich schon in ihrer ganz eigenen Welt versunken. Denn sie kommen an diesen Punkt ja nicht, weil, ja, also es gibt ja einen Grund. Es gibt ja einen Grund, warum die meisten dort gelandet sind. Es gibt insgesamt drei verschiedene Arten von Menschen, die in eine Obdachlosigkeitssituation kommen. Also einmal sind das eben die, die durch einen schweren Schicksalsschlag getroffen werden. Das ist so die größte Gruppe eigentlich. Dann gibt es die, die im Endeffekt immer schon randständig gelebt haben und irgendwann aus dem sozialen Raster rausfallen, Seeleute zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so aktuell ist oder ob das so eine Kategorie ist, die früher viel bedeutender war. Und dann ist die dritte Gruppe, das sind Jugendliche, die einfach schon von Anfang an in sehr schwierigen Verhältnissen groß geworden sind, die vom Jugendamt von einem Heim ins nächste gekommen sind und da einfach rausgefallen sind aus dem Raster. Da denkt man ja, wenn man das jetzt sieht, das Elend Hamburg, Frankfurt, Berlin, dass die Kommunen das irgendwie akzeptieren, weil es billiger ist. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt nicht. Das habe ich jetzt auch gelernt durch diesen Artikel. Denn tatsächlich ist es siebenmal teurer, die Leute, nachdem sie ihre Wohnung verloren haben, zu behandeln, als sie einfach präventiv zu versorgen. Die Stadt Hamburg gibt im Jahr 46 Millionen Euro aus. Allein für 4.000 Leute. 4.000 Leute! Und diese Zahlen kommen nicht von ungefähr. Die kommen dadurch zusammen, dass manche von denen einfach zehnmal im Monat im Krankentransport weggebracht werden. Das kommt natürlich auch davon, dass die Leute draußen natürlich eine viel geringere Lebenserwartung haben, viel höheres Lebensrisiko haben und natürlich die, die auf der Straße leben, auch nicht am gesündesten leben. Logischerweise. Denn die Menschen wollen nicht anders. Sie waschen sich nicht, weil sie es nicht könnten, sondern weil sie es nicht wollen. Um nochmal in den Text reinzugehen. Fast alle von ihnen sind psychisch krank, sagt Christine Heinrichs. Brand 1 fasst dann zusammen, Obdachlosigkeit entsteht durch Lebenskrisen und das Unvermögen, damit umzugehen und Hilfe in der Not zu suchen. Und oft ist eine psychische Erkrankung daran schuld. Und an dieser Stelle müssen wir einfach ein Fazit zulassen, weil wie hilft man den Menschen? Also ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, keine Ahnung, weil wie hilft man Menschen, die nicht wollen, dass man ihnen hilft. Also sie bekommen ja Hilfe und lehnen sie ab. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Im Endeffekt bräuchten sie eine Therapie, einen Entzug und eine sehr langwierige Resozialisierung. Aber du kannst die Leute eben nicht dazu zwingen. Du kannst die Leute nicht dazu zwingen, dass sie wieder ins Leben zurückkehren wollen. Das geht halt nicht. Wichtig ist, kein Handgeld für Bier, weil das bringt niemanden voran. Wie begegnet ihr Obdachlosen? Was denkt ihr über das Thema, vor allem in Bezug auf Familie Ritter? Schreibt es mir dort unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.